Unterhaltung. Yvonne, die Bühne gehört dir. Die Bühne gehört dir. Herzlich Willkommen auf der Händischen Präsentation zwischen Tannen und Tannen. Voll bei uns, ja schon so voll gut vorgestellt. Ja, für mich geht es mal ein Gelassenstärknis und Selbstbesturzversicherung. Und auch, wenn wir uns nach der Ausbildung sogar an der Händenrichtung, da kommt ja eine Losgelassenheit vor. Und dazu gehört nämlich nicht nur die körperliche Losgelassenheit, weil nur ein sehr, was mental entspannt ist und weibes ist, kann uns lernen, verbleibungsbereit sein und uns die Krimakredenzen einfach zeigen. Und sich das ausprobieren, wie bei der Händenrichtung auf dem Rollerflug. Da habe ich euch ein paar Elemente mitgebracht, gerade die Zicke, wo man das so schön gesehen hat, da kann man sich mit trainieren, dass Dinge sich anregen werden, in den hohen Bieten, hoch und drüber und dran. Einfach auch bewegen. Wenn wir mit unseren Fähnen bewegen, haben wir auch einfach auch für Momente, wo plötzlich mal was wackelt oder wundertrund sich verändert. Das ist ja mein Sani, jetzt machst du natürlich rum. Und dann geht's. Fein. Super. Meine Damen und Herren, das macht die Yvonne immer am Anfang. Lässt das Pferd einmal stehen, um Ihnen zu zeigen, dass es keine Maschine ist, sondern ein Lebewesen. Das nächste, was wir euch mitgebracht haben, wir kennen es, wenn wir jetzt so optimiert sind. Und man muss es doch fairerweise sagen, wie dieses Thema ist. Und der Show hier zum ersten Mal, sie kennt jetzt die goldene Luftholzerfolie auch noch nicht. Diese, wie sie jetzt leuchten und schimmern, sieht man. Bleib sofort stehen. Pferde Schliffen, schießen wir sie vor. Schau dich. Schau dich. Gut. Gute Sicht. Gute Sicht. Gute Musik. Gute Musik. Jetzt haben wir uns hier am Land gesprüht, haben Spiegelung, die wir aber auch oftmals machen. Super. Super. Und dann machen wir das Ganze noch einmal und schauen mal, ob wir es direkt unterstellen können. Gehen wir nochmal ab. Ja, meine Damen und Herren, das alles können Sie zu Hause lang machen, das ist überhaupt kein Problem. Kaufen Sie sich 20 Meter Luftpolster, rollen Sie es aus, legen Sie es auf eine schwarze Folie und üben Sie mit Ihren Dressurpärten. Ich garantiere Ihnen, Sie brauchen sich nie mehr zu einer Siegerwährung am Strick hineinführen, lassen. Da machte die Pferde es endlich selbst. So einfach könnte es sein. Wenn wir mit unserem Pferd unterwegs sind, sei es im Turnierbereich, dann wollen wir das Wetter leider nicht mehr aussuchen, wir sind ja nicht mehr Holle und Pferde erstellen nicht nur ein Seelen, ein Hörbild, ein Fühlbild, ein Geruchsspiel, sondern auch ein Hörbild. Und dieses Hörbild ist natürlich wie unheilig verzerrt und da haben wir uns noch einen besonderen Trink, wie wir das optimiert haben, dass wir das Wachstum machen können. Das zeigt euch Heilung, denn die Welt hier oben. So. Dort, Jimmy, wir müssen auf die Zeit kommen, das ist die Heilung. Super. Okay, von Action. Jetzt können Sie endlich den Begriff der Fünf besorgen, meine Damen und Herren. Schauspiel. Oh, hey! Schauspiel. Ausklatschen. Ja, da riech. Verlag ist ja auch für viele ein ganz, ganz großes Thema. Ich sage jetzt, wenn du so scherzhaftes sollten, vielleicht einmal die Beifpatle mit dem Lernen herstellen. Dass das Pferd nicht schließen kann, dass das Pferd nicht einschränkt nicht oder nicht, und sich erst nur dasPfôrf-Künstler überzeugen kann, wegen denen schon so ein bisschen verschiedene Varianten des Verlagens. Und da muss es ganz gut. Da geht es. Woh! Woh, woh! 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 Ja! Da sagt einer Verladen Stier, ich meine Damen und Herren. Auch im Alltag, da wir sitzen unsere Pferde immer sehr viel mit optischen Reizen, konfrontiert mit Geräuschen. Und auch da, wenn wir unser Alltag lassen, die wir dann sehr schön trainieren können mit den Pferden, kann man auch da reinwachsen und einfach weniger Mühe haben. Von daher die sogenannten Gartenstrafe. Musik 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 Und das Schönste, was ich mitgebracht habe, ist mein Hugo. Hugo ist eine Horror-Picture-Show verbunden, aber wir haben ihn leider nicht in der Variante. Aber wenn du doch das Blumwand wählst, plötzlich hochkommst, weil es in einer Hallenbande, Kinder an der Wand kommen oder die Jacke irgendwo rumwädelt, ja, jetzt stellen wir mich einfach mal zum Hugo vor. Er geht schon, Tini? Ja klar, Mikrofon kaputt. So, so. Jetzt weiß ich auch, warum du nicht trägst. Ja, ich hätte hier noch mal aufgefallen können. Und als China-Aufschluss habe ich mir gedacht, wir zeigen euch, dass man auch gegen die Volk-Eister eines Pferdes gut angehen kann, dass ihr auch da sehr schön lernen könnt. Schön voran, ne? Super. Okay. Okay. Darf ich in meine Feuern schalten? Und schauen wir mal, was die Welt dazu sagt. Silvester, wenn wir zum Team machen werden, dass wir alle so geschmissen. Jetzt gucken wir mal, was das gleich macht. Ja, so gesehen, so hoffe ich, dass euch der kleine Einblick ins Training, ich habe bewusst auch die Liga drüber, die sie jetzt aber nicht gesehen hat, die die angesprühte Folien einfach dafür aussehen, dass nicht so etwas rein auf die Welt kommt und das alles können, aber dass jedes Pferd ein gewisses Maß an gedacht und alles erlernen kann. Liebe Yvonne, bevor du jetzt rausreitest und einen tausenden Applaus bekommst, ich muss jetzt mal eben hier eine Brücke schlagen. Ich habe gesehen, in dem Moment, wo du rein kamst, sprangen ungefähr 25, 30 Menschen Aufnahmen für Handy und habe es gerade erst wieder in die Tasche gepackt. Das ist das eine. Das heißt, es gibt ja ein hohes Interesse. Und das Gestintenhof ist ja auch Kompetenz- und Leistungszentrum. Hier gibt es Ressurlehrgänge, über das ganze Jahr verteilt mit Größen, wie Jolf Dieter Keller, mit Christoph Hess und auch Jan Plönske leitet hier Ressurlehrgänge. Wärst du bereit, in diesem Tempel auch einen Lehrgang zu geben, Gelassenheit mit meinem Pferd, damit Reitenden der A&L-Ressur im A&L-Springen mir dem Nächsten wieder Spaß und Freude macht und nicht alle anverwandten Angst und Schrecken schon beim Verladen versetzt? Hättest du Spaß, würdest du auch mit ganz klassischen Reitern so einen Lehrgang eventuell sogar hier auf dem Tatenhof angeben? Ja, sehr gerne. Herr Plönske, haben Sie gehört? Das war das Stichwort. Meine Damen und Herren, hätten Sie Spaß daran? Oh, das glaube ich. Das glaube ich. Und ich erhebe jetzt einen riesen Musikapplaus. Den feiern wir jetzt, Yvonne. Auf geht's. Sie sehen, hier sehe ich nachher noch einer. Und er hat ganz interessant so mit diesem wunderbaren Pony, ich bin Baby. Yvonne Kutsche und hier Baby. Danke. Dankeschön. Danke. Danke. Danke.